Unfall auf A24 zwischen Hamburg und Berlin, drei Lastwagen in Flammen Gudo, schwerer Unfall auf der A24, die Strecke wurde am Freitagabend zwischen Hamburg und Berlin in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung besteht auf dem Teilstück zwischen Hornbeck und Gudo in Schleswig-Holstein kurz vor der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. In beide Richtungen sowie auf den Ausweichrouten kommt es zu teils langem Stau. Wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte, geschah der Unfall gegen 17.56 Uhr. Drei Lastwagen waren daran beteiligt, einer von ihnen hatte Schweinefleisch geladen. Sie brannten komplett aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war im Einsatz. Alle drei Lastwagenfahrer haben das Unglück überlebt, der Rettungsdienst versorgt jedoch mehrere Menschen. Zum Unfallhergang gibt es derzeit keine Angaben. Die Bergung der Lastwagen werde bis tief in die Nacht dauern, hieß es von der Polizei. Damit bleibt die A24 auch weiter voll gesperrt. Die Sperrung der Lastwagen wurde bis tief in die Nacht. Vielen Dank.